Weiter geht's mit Fuel Edition und dem Magnimeter. Okay, Pinzio. Kriegen ihr Attack. Sehr fairer Tump. Sehr fairer Kahn. Äh, Lichtschild. Scheiße. Nein. Ach! Ich hab hier gesaved. Wo hab ich bei S.L. 2 gesaved? Ups, ich wollte gar... Ach, scheiße. Habe ich vorhin auch irgendeiner Leiter gespeichert? Kann doch sein. Eigentlich schon, oder? Nein, vielleicht so. Na ja, müssen wir so anfangen. Ja. Old Mac. Shit. Ach, mir haben wir gefehlt. Wir haben gefehlt eigentlich. Ich muss mal gucken, was der gleiche Mann vom Schwertschatz macht, damit ich einmal angreifen kann, oder? Okay. Und jetzt. Der Schlag. Komm schon! Nein! Okay. Was machen wir da am besten? Was ist mit Donnerschlag? Wir ziehen das ab. Ach, ein Haufen Scheißzeug. Ach, ich hab gefehlt. Ach, wenn wir Lichtschild. Ach, wenn wir Lichtschild. Und jetzt. Ich schlafe noch. Die Morpho zusammen. Okay, gut. Stimmt. Okay. Wir wechseln einfach mal aus. In unser. Zick zocks. Oh, Schwertanz. Nein, ich weiß. Nein. Wir machen erst ein wenig Schaden. Mit Donnerschlag. Und auch noch ein Parahex. Ich sagte Parahex. Ich will jetzt ein Parahex. Ich will jetzt ein Parahex. Das machen wir jetzt so lange, bis mal ein Parahex kommt. Denn sonst wird das sehr schwer. Okay. Parahex, wo bist du? Oh. Parahex. Parahex. Ich will ne Parahex. Oh mein Gott. Oh. Och, komm. Ich hab's drauf. Jetzt wächst die wieder zick zack aus. Ich will das jetzt erstmal testen. Wie ich jetzt am besten gewinnen kann. Magma ist jetzt sowieso nur One-Hit. Eigentlich. Ja. Pupita, das könnte das... Nein, oder? Dass es gegen Kampf nicht sehr effektiv, oder? Och. Machen wir mal Kreide-Schrei. Ja. Ja mein, ich glaub wir haben gefehlt. Mhm. Ja. Und jetzt nochmal Schwertanzfilz. Kann das nichts mehr aufhalten. Oh. 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 Ha. 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 Ah. Ach, egal. Reitschulern setzen wir uns. Da haben wir einen. Das hat am meisten Sinn für mich. Oh. Na jetzt muss man es bietet. Schwer-Tanz. das war auch schwer tanzt und ist ja nicht fast unbesiegbar ein dreimal das jetzt auch dreimal links und wollen müssen wir eigentlich nur treffen ok jetzt bleibe ich hier ohne speed und gefickt doch mal super da hat man die paralyze bekommen echt scheiße ok holten so ja alles für uns ja wird sie alle eindrücken wissen wir haben eh freundlich fast gewonnen ha 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 ok das was kamen können wir auch so bleiben nur tusker egel zu haben durch wollen das dürfte auch schon reichen dreimal schwer tanzt also wir haben 100 x 3 nein plus 300 verdoppelt eigentlich oder so was in der art mit ihren angriff ja für den angriff naja das reicht eigentlich normalerweise über irgendwen gewonnen jeweils ja exz figured dieえ zu haben kommt so karten die square kleine leder gepackten sehr schnelle zeit bin ich habe sonst gibt es Loop gemeint ich bin es eine von professors assistenten hast du wollt einen anderen assistenten getroffen er hatte ein paket für dich krass es sagte dass du dich bei gut zwei krass wenn du wenn du auch bezweifel ist hatte dich nach dem ausschauen ich weiß ich glaube das paket war ziemlich unnötig es wird wenn wir nicht gebrauchen im weiteren spielverlauf ich glaube es zu wenig zumindest ja das item wollte ich mal holen nehmen du die nebeere obert was ist das für eine scheiße ok jetzt können wir diese epischen trainer mal besiegen jetzt müssen wir eigentlich besiegen mit level 45 pokémon ok besiegt besiegt wo es nämlich jetzt genau hin ich weiß es gar nicht genau ok ein noch geht doch super aber wir genau mit dem richtigen buchmann achten die ironie abwälder machen mal Prozent wo es bestimmt oberle wird auch egal in tech ja wie ich gesagt gab es uns oberle wird um volltreffer und so noch super es wird schon wieder alle unser team gemacht wo ist die letzte hoffnung wir gehen mal wieder nicht das mache ich okay nicht gleich so langsam ich weiß was das für ein paket ist das ist ein paket mit v blitz ich meine ich weiß dass das blitz war denn wir haben diese titeln noch gar nicht aber wir brauchen sie eigentlich auch nicht nur das macht die ganze sache irgendwie spiel einfach gegen akkani eher ungleichsduell kann ich eigentlich im vorteil ja super nicht super gemacht das gibt auch unser schönes gehabe und xp das will ich da nicht gar mit boi check mal schauen du zieht ihn das ab 90 65 spättern zu lernen nicht ausdauer eigentlich auch nicht lassen wir brauchen wir nicht so wirklich bei mir nein tag mit selbst schaden oh gott da herr hier heiliger sind ein kampf hier von mir aus wo alle sollen mit voll abkommen denke ich ja auch nein doch nicht ob ob das war knapp das war knapp das war knapp ja das alles für ein feuer heiler oh mein gott was haben wir denn auch hier sind die super tränke ja ein super tränke ich wo wir endlich über tränke haben ja hyper tränke tränke sind viel cooler wenn sie sind eigentlich billiger also vom prinzip her das ist gleich in die höhle und da unten gibt es zappt aus hier zappt aus ok wirklich gut dass die ist das ist eigentlich auch mit so ist das professor von route 2 kann das sein ob es sind brauchen können wir brauchen eh kein ewig stein ist das gute 2 ich wollte kommen wir doch das war ein bisschen so allem und wenn man seit karte egal und das würde die arena mit blöden ich bin am liebsten jetzt einfach mal fliehen Ja, klar. Jetzt haben wir die Statik am Arsch. Okay. Wir heilen einfach mal einmal. Und jetzt können wir in unsere... Hm. Den Fels-Tunnel. Oh mein Gott, freue ich mich jetzt. Oh, Fels-Tunnel. Weil dann nicht... ...den Blitz. Und hat zufällig diesen das umgeändert. Äh, Wassergestein? Kann das sein? Noch egal. Den wir zu haben uns besiegt. Oh, ein Item. Oh, cool. Oh, Miletus! Oh, wie süß! Wie putzig! Hm, hm, hm. Und Schutz. Oh, super. Ein Pokémon wollen kämpfen. Ja, äh, aber es sieht mich nicht, was deine Pokémon wollen. Meine wollen es eigentlich nicht. Oh, es ist Boden. Scheiße. Okay, es hat eh Gefäden. Das ist ein Überblick. Ach, Akkwamen darf auch. Akkwamen darf wieder rein. Oh, ho. Akkwelle. Oh, bald gehen wir ja, äh, Surfer. Ja, Surfer, wuhu. Oder? Ab dem 5. Norden in der Safari-Zone bekommt man den. Yeah, Surfer. Surfer, yeah. Surfer und Akkwamen. Oh, ho, hier. Viele Zertr... Viel Zertrümmerbares. Ja, vieles. Okay, noch ein Thema. Ich glaube, der Tunnel war mal ein... Echt war der mit Blitz. Kann das sein? Hm, hehehe. Okay. Hm, Bootogel. Was ist das? Ach, da hast du das mit den Geschenken. Das sieht man auch sehr selten. Ja, von mir aus ist ein Geschenk zu XP. Wir brauchen nur eine AP. Das ist mir nicht ganz gut. Ja, wenn das ganze Team voll mit Bootogel sind. Ach, ich hab nichts dagegen. Das sind... Das sind jetzt zwei Level-Ups. Aber ich hab jetzt auch... Ne, zwei Level-Ups. Wow, das war ein herausfordernder Kamm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hehehe. Okay, Level 31. Was gibt's hier? Das war irgendwie klar. Oh, Golbat. Golbat. Golbat, ein Xbox. Ähm, ich weiß gar nicht. Entwickelt es sich. Okay, ich kann jetzt, äh, jetzt kann man, äh, mag man nach vorne. Ich weiß gar nicht. Tut, kräbert sich hier in den Generation 3 entwickeln. Oh, wie, oh, was? Ich weiß, es wird wirklich. Hm, könnte sein. Ha, als ich es gewusst hätte. So, ich weiß das nicht. Das war purer Zufall. Hm, hm. Ein Tau-Boss. Er kann natürlich... Ach, Mist. Fehlt von mir. Egal. Ob es 2-Hit oder 1-Hit ist auch egal. Naja, nicht egal, aber ziemlich. Ähm, Angriff. Ach, der Spezialangriff steigt jetzt wirklich viel. Das ist doof.